Eine scheinbar vertrauenswürdige Therapeutin, im Geheimen drogenabhängig, begeht ein grausames Verbrechen. Als ihr Ermittler auf die Spur kommen, entdecken sie eine schockierende Geschichte, die direkt in die Todeszelle führt. Juli 1997 Die texanische Polizei untersucht einen Mord in Lancaster, einem Vorort von Dallas. In einer Ecke ihres Esszimmers liegt die Leiche der 71-jährigen pensionierten College-Professorin Dorothy Booth. Lieutenant Nolan Smith begutachtet den Tatort. Überall klebte Blut, an den Wänden, an den Möbeln. Viel war in der Küche zu finden. Überall. Besonders auf einem Arbeitstisch in der Mitte. Wahrscheinlich einer der blutigsten Tatorte, die ich je gesehen habe. Auf das Opfer wurde mehrmals eingestochen. Die Tatwaffe ist verschwunden. Das viele Blut deutet darauf hin, dass der Mörder sie durch das ganze Haus verfolgt hat und immer wieder auf sie einstach. Die Detektives sehen sich die Wunden des Opfers genauer an und entdecken die letztliche Todesursache. An Kopf und Gesicht fanden sich Spuren von Schlägen. Offenbar standen sie von einem Kerzenleuchter. Mit ihm wurden ihr auch einige Zähne ausgeschlagen, die wir auf dem Boden fanden. Und noch ein weiteres grauenhaftes Detail fällt auf. Ihr Ringfinger fehlte. Er war abgeschnitten. Das viele Blut in der Küche und der fehlende Finger bringen den Staatsanwalt zu einer schockierenden Schlussfolgerung. Sie war offenbar noch am Leben, als ihr der Finger abgeschnitten wurde. Das war eine unglaublich brutale Tat. Für den Kriminalpsychologen David Holmes erschließt sich durch den Tathergang, dass die Polizei es nicht mit einem gewöhnlichen Mörder zu tun hat. Die Blutspuren in fünf verschiedenen Zimmern zeigen, dass der Kampf zwischen Dorothy und ihrem Angreifer lange dauerte. Man konnte sehen, dass der Mörder sie noch in die Küche geschleift hat. Das zeugt von einer absoluten Unbarmherzigkeit. Die Polizei untersucht den Tatort nach Hinweisen, die Aufschluss über das Motiv geben. Sie entdecken, dass Wertgegenstände fehlen. Wir untersuchten den Tatort beinahe 18 Stunden lang. Aber uns fielen natürlich sofort auf, dass das Portemonnaie und das Auto fehlen. Bei den Ermittlern gehen weitere Informationen ein, dass die Tat einen finanziellen Hintergrund haben könnte. Wir befragten die Familienangehörigen. Die erzählten uns, an ihrem Finger musste sich ein wertvoller Ehring befunden haben. Den Hinweisen nach könnte es sich also um einen schiefgelaufenen Einbruch handeln. Aber der extrem brutale Hergang lässt noch einen anderen Schluss zu. Bei Einbrüchen kommt es eigentlich selten zu Tötungsdelikten. In einzelnen Fällen aber, wenn zum Beispiel auch Drogensucht eine Rolle spielt, kann es durchaus so ein schlimmes Ende nehmen. Entweder durch den Druck, Drogen zu beschaffen, oder durch die Einnahme schon vor der Tat. Der Mord könnte also vielleicht auch mit Beschaffungskriminalität zu tun haben. Aber warum fiel die Wahl ausgerechnet auf die pensionierte College-Professorin? Die Ermittler untersuchen den Tatort auf weitere Hinweise. Die Haustür zeigt keine Spuren eines gewaltsamen Eindringens. Aber im Flur findet sich etwas Ungewöhnliches. Da lagen eine Tasse unverschütteter Zucker, für die es erstmal keine Erklärung gab. Hatte vielleicht jemand an der Tür nach Zucker gefragt? Vielleicht kannte Booth ihren Mörder. Es könnte sogar ein Nachbar sein. Diese Erkenntnis und die anderen Indizien lassen bei Nolans Kollegen eine Vermutung über die Identität des Mörders aufkommen. Sergeant Starling schaute sich um und meinte, der Täter müsse weiblich sein. Obwohl bei bester Gesundheit war das Opfer doch eine ältere Frau. Und obwohl das Vorgehen sehr brutal gewesen war, hatte der Kampf sehr lange gedauert und durch verschiedene Räume geführt. Das alles deutete für ihn auf eine Frau als Täter. Die Polizei verhört Nachbarn und Bekannte, um zu ermitteln, ob Booth in Streitigkeiten verwickelt war. Dabei machen sie eine weitere Entdeckung. Sie hatte Freunden erzählt, dass sie einem Nachbarn immer wieder Geld geliehen hatte, geradezu regelmäßig. Sie wollte das eigentlich beenden, aber sie hatte Angst, dass dieser Nachbar dann sehr verärgert sein könnte. Wir wussten aber nicht, um welchen Nachbarn es sich handelt. Der Mord wird in Lancaster schnell zum Tagesgespräch. Holly Becker, damals Reporterin der Dallas Morning News, beschreibt die Wirkung auf das Viertel. Es war ein Schock. Ich erinnere mich, wie die Menschen sagten, oh mein Gott, ich hätte nie gedacht, dass sowas hier passieren könnte. So ein unglaublich grausames Verbrechen. Angst geht in der Gemeinde um. Die Polizei verdoppelt ihre Anstrengungen. Und stößt bald auf eine vielversprechende Spur. Am darauffolgenden Tag versucht Booth Bank, sie telefonisch zu erreichen. Ein Ermittler nimmt ab. Die Bank rief an, weil es zu ungewöhnlichen Zahlungen mit Booths Kreditkarte kam. Sie erklärte sich einverstanden, uns zu benachrichtigen, wenn das nochmal der Fall sein sollte. Nur wenige Stunden später wird die Karte wieder benutzt. Diesmal in einem Spirituosenladen in Dallas. Die Ermittler machen sich sofort auf den Weg. Sie fragen den Ladenbesitzer, ob er sich an die Person erinnern könne, die mit Booth Kreditkarte bezahlt hat. Eine Afroamerikanerin, um die 30 Jahre alt. Diese Beschreibung passt aber auf tausende Leute im Großraum Dallas. Ohne weitere Hinweise führt diese Spur nirgendwohin. Die Ermittler setzen neu an. Jetzt konzentrieren sie sich auf das gestohlene Auto. Wir hatten ihr Auto als gestohlen gemeldet, etwa zur selben Zeit, als wir der Spur mit der Kreditkarte nachging. Daraufhin benachrichtigte uns die Polizei von Dallas, dass das Auto im Süden der Stadt gefunden worden war. Ein Mann sitze darin. Nolan ordnet an, ihn sofort in Gewahrsam zu nehmen. Die Detektives fragen ihn, was er in einem gestohlenen Auto eines Mordopfers zu suchen hat. Er behauptet, er habe das Auto nicht gestohlen. Aber er könne ihnen sagen, wer es war. Das ist, wenn es alles zusammenkommt. Der Mann sagte aus, dass eine Frau, die er nur als Kind kannte, das Auto an die Stelle gefahren habe, wo die Polizisten ihn aufgegriffen hatten. Eine afroamerikanische Frau, Mitte 30. Diese Beschreibung passt auf die Person, die bereits Booth Kreditkarte im Spirituosengeschäft benutzt hatte. Was er als Nächstes sagt, bringt die Wände im Fall. Er wisse auch, wo Kim wohnt. Er sei gerade erst bei dieser Kim zu Hause in Lancaster gewesen. Er willigte ein, uns zu ihr zu führen. Smith und der Mann machen sich auf den Weg. Bei ihrer Ankunft erlebt der Lieutenant eine Überraschung. Wir fuhren zu der Adresse und es war das Haus direkt neben dem von Dorothy Booth. Ermittler auf dem Revier ermitteln die Identität der Bewohnerin. Es ist das Haus der 36 Jahre alten Ergotherapeutin Kimberly McCarthy. Die Polizei will die Verdächtige sofort festnehmen. Man muss schnell handeln. Je eher der Zugriff erfolgt, desto wahrscheinlicher ist es, dass man noch Beweise sicherstellen kann. Aber wie sich herausstellt, ist niemand zu Hause. Den Ermittlern läuft die Zeit davon. Irgendwo in Dallas ist eine Mörderin auf der Flucht. Bewaffnet und gefährlich. Wenn sie nicht bald gefunden wird, könnte sie wieder zuschlagen. Juli 1997 Die texanische Polizei sucht eine Mordverdächtige, Kimberly McCarthy. Nach dem außergewöhnlich brutalen Mord an der pensionierten Professorin Dorothy Booth ist sie untergetaucht. Ermittler durchleuchten den Background der Flüchtlinge auf der Suche nach Hinweisen auf ihren Aufenthaltsort. Dem ersten Anschein nach ist McCarthy eine unauffällige und gesetzestreue Ergotherapeutin. Die Untersuchung förderte nichts Auffälliges zu Tage. Offenbar eine ganz normale Person. Sie stammte aus gutem Elternhaus, ging auf mehrere Privatschulen, hat ihren Highschool-Abschluss gemacht. Hier standen alle Wege offen. Als Ergotherapeutin hilft sie Menschen mit Krankheiten oder Stress am Arbeitsplatz fertig zu werden. Es gehörte zu ihrem Job, sich um Kranke und Schwache zu kümmern. Das ist nicht nur einfach Pflege. Es geht darum, anderen wieder richtig auf die Beine zu helfen. Die Ermittler müssen erkennen, dass McCarthys Profil nicht das einer gestörten Mörderin ist. Aber als sie weiter forschen, ergibt sich ein anderes Bild. Die Ermittler finden heraus, dass McCarthys Leben bereits zu College-Zeiten in Schieflage geriet. Sie kam auf den College zum ersten Mal mit Drogen in Berührung. Von da an nahm ihr Leben eine Wendung zum Schlechten. Eine Wendung zum ersten Mal mit Drogen in Schieflage geriet. Craig wird McCarthys Verhängnis. Sie wird schnell süchtig und alles gerät außer Kontrolle. Sie rutscht immer tiefer in die Beschaffungskriminalität. Ich weiß, dass sie dreimal verurteilt wurde wegen Prostitution, Urkundenfälschung und Liebschafts. Drogenabhängige tun buchstäblich alles, um ihre Sucht zu befrieden. Die eigene Familie bestehlen. Auch Gewaltverbrechen gegen Familienangehörige. So ziemlich alles, was man sich vorstellen kann. In den frühen 90er Jahren versinkt sie immer tiefer in der Kriminalität, um ihre Sucht finanzieren zu können. Sie fetcht Checks, um den nächsten Trip zahlen zu können. Aber sie fliegt schnell auf und wird wegen Betrugs zu vier Monaten Haft verurteilt. Die Zeit im Gefängnis macht ihr zu schaffen. Nach ihrer Freilassung arbeitet sie an Schulen und als Pflegerin in Privathäusern. Nur einen Monat vor dem Mord an Dorothy Booth tritt sie eine lukrative neue Stelle als Therapeutin an. Um das alles hinter sich zu lassen, machte sie selbst eine Therapie. Alles schien gut zu laufen. Sie hatte einen gut bezahlten Job und man schätzt ihre Fähigkeiten. Aber McCarthy wird rückfällig. Die Sucht gewinnt wieder die Oberhand. Entweder nahm sie schon wieder Drogen oder dielte zumindest damit. Direkt von zu Hause aus. Die war in ihr Haus in Lancaster. Juli 1997. Polizisten durchsuchen McCarthys Haus. Sie gehen gründlich vor, in der Hoffnung auf neue Beweise zu stoßen. Alles war sehr ordentlich und sauber. Auch sehr nett eingerichtet. Dennoch fällt den Ermittlern in der Küche etwas auf. Bei der Durchsuchung bemerkten wir einen Messerblock in der Küche. Aber eines der Messer fehlte. Sie vermuten, dass dieses Messer das Tafwerkzeug sein könnte. Nun wird jeder Winkel der Wohnung danach durchsucht. Auf einem Küchenschrank werden sie fündig. Wir entdeckten schließlich das Messer und es passte genau zu dem Set aus der Küche. Es war auch immer noch Blut am Schaft zu erkennen. Das Messer wird sofort ins Kriminallabor geschickt. Die Analyse bestätigt, dass es sich um Booth-Blut handelt. Wir konnten das Tafwerkzeug mit dem Blut des Opfers sicherstellen. Das war natürlich das wichtigste Beweisstück für die ganze Ermittlung. Die Ermittler haben ihre Tatwaffe. Nun müssen sie nur noch die Täter finden. Die Polizei verstärkt erneut ihre Anstrengungen. Das Haus wurde auch weiterhin überwacht. Wir gingen jedem Hinweis nach und ließen alle wissen, dass wir auf der Suche nach ihr sind. Die Zeit drängt. Die Menschen, die bereits aggressive Tendenzen aufweisen, können unter Einfluss von Craig extrem gewalttätig werden. Sie sind dann wie ausgewechselt und realisieren erst zu spät, was sie da eigentlich tun. McRaphys unberechenbares Verhalten macht es den Ermittlern schwer, ihre Spur aufzunehmen. Sie bleibt unauffindbar. Oft waren wir nah an ihr dran und haben sie nur knapp verpasst. Dann mussten wir wieder auf eine neue Gelegenheit warten. McAfee kann immer wieder untertauchen. Aber die Ermittler finden einen ganz neuen Ansatz. Vom Sheriff-Büro in Dallas erfuhren wir, dass bei einer früheren Festnahme Freunde der Familie für McAfee gebürgt hatten. Da ging es um ein geringfügiges Delikt. McAfee könnte sich bei diesen Freunden aufhalten. Die Ermittler verlieren keine Zeit. Dort angekommen scheint aber niemand da zu sein. Sie verschaffen sich Zutritt und finden schließlich McAfee. Sie liegt im Crack-Rausch bewusstlos auf dem Bett. Die Detektives nehmen sie fest. Aber sie will sich nicht ohne ihre Sachen abführen lassen. Während der Festnahme bestand sie darauf, ihre Geldbörse mitzunehmen. So liefert sie selbst die eindeutige Verbindung zu Dorothy Booth. Als sie reinguckten, fanden sie Booths Führerschein, ihre Kreditkarten und noch einige persönliche Dinge. Das war eindeutig. Sie haben die richtige Frau gefunden. Jetzt wollen sie wissen, wie diese Sachen in ihren Besitz gelangt sind. Auf der Polizeistation verhören sie die Verdächtige. Aber McAfee verweigert die Aussage, solange es sich nicht für sie lohnt. Sie wich allen Fragen aus und war nicht sehr gesprächig. An einer Stelle bot sie an, für etwas Crack, alles zu sagen, was wir von ihr hören wollten. Das zeigt deutlich, wie weit die Crack-Sucht einen Menschen und sein logisches Denkvermögen beherrschen kann. Die Detektives erhöhen den Druck. Sie dringen McAfee zu erklären, wie Booth-Sachen in ihren Besitz gelangten. Und warum die Mordwaffe in ihrem Haus gefunden wurde. Konfrontiert mit dieser Beweislast, gibt McAfee schließlich nach. Sie erklärt sich zu einer schriftlichen Aussage bereit, um ihre Version darzulegen. Sie behauptet, an besagtem Tag mit zwei Dealer namens JC und Kilo zu Hause Crack geraucht zu haben. Als die Drogen ausging, hätten die Männer sie bedroht. Sie solle Geld auftreiben, um neue Drogen zu beschaffen. Sie habe gesagt, dass ihr die Nachbarin wahrscheinlich etwas Bargeld leihen würde. Alles weitere sei nur von den beiden Männern ausgegangen. Die Dealer hätten an ihre Tür geklopft. Als Booth öffnete, sei die Hölle losgebrochen. Die Spuren am Tatort ließen darauf schließen, dass die Professorin sofort angegriffen wurde, nachdem sie die Tür geöffnet hat. Laut McAfee strachen die Dealer sofort zu und drangen dann in das Haus ein. Sie selber sei aber daran nicht beteiligt gewesen. Sie behauptete, dass zwei Drogen-Geeleer, die sie kamen, könnte für alles verantwortlich sein, während sie nur im Auto gewartet habe. Nach kurzer Zeit seien die Männer mit einigen Wertgegenständen und einer Handtasche wiedergekommen. Sie seien zu McAfee in das gestohlene Auto gestiegen und Richtung Dallas gefahren. Sie erzählte den Detektives, dass sie in der Handtasche Kreditkarten und Ehering von Booth fand. Später verpfändet sie den Ring in Dallas gegen Bargeld. Die Polizei kann den Pfandleiher ausfindig machen. Wir zeigten dem Besitzer des Ladens ein Foto von Kimberly McCarthy. Und er konnte sie als diejenige identifizieren, die bei ihm den Ehering verpfändet hatte. Danach gibt das Trio das Bargeld für Drogen aus. Obwohl McCarthys Geschichte plausibel klingt, wollen die Tatortsspuren nicht dazu passen. Warum war Booth Blut im ganzen Haus zu finden, wenn die beiden Dealer sie bereits an der Tür erstochen hatten? Wenn zwei Männer eine über 70-jährige Frau überwältigen, zieht sich das nicht durch das ganze Haus. Und hätte eine ältere und verletzliche Frau wirklich zwei Fremden einfach die Tür geöffnet? Nichts deutete auf zwei Tartbeteiligte. Um ehrlich zu sein, ich fand es schwierig zu glauben, dass Booth zwei Fremden einfach die Tür aufgemacht hätte. Aber sie hätte sicherlich Kimberly McCarthy die Tür geöffnet. Außerdem bleiben damit der abgetrennte Finger und der verschüttete Zucker im Eingangsbereich unerklärt. Die Ermittler halten McCarthys Geschichte für erfunden und sie für die Alleintäterin. War da irgendetwas dran an dem, was sie den Polizisten erzählte? Wir kamen zu dem Schluss, dass sie sich das alles nur ausgedacht hat. Der Staatsanwalt klart Kimberly McCarthy des Mordes an Dorothy Booth an. Jetzt ist das geschworenen Gericht am Zug. Das Verfahren soll die Wahrheit über das Verbrechen ans Licht bringen. 11. November 1998. In einem Gericht in Dallas beginnt der Prozess gegen Kimberly McCarthy. Sie plädiert auf nicht schuldig des Mordes an der pensionierten College-Professorin Dorothy Booth. Ihre Verteidiger behaupten, sie sei unschuldig. Zwei Drogendealer hätten die Tat begangen und sie gegen ihren Willen zur Komplizien gemacht. Sie sagte gleich zu Anfang, ich war's nicht. Das waren diese zwei Phantome. Die haben sie umgebracht. Nach dem Mord hätten die drei das Auto gestohlen, um in die Stadt zu kommen. Und für Drogen dann den Ehering versetzt und die Kreditkarten benutzt. Die beiden Männer hätten das Messer in ihrem Haus deponiert, um ihr den Mord anzuhängen. Für die Anklage erzählen die Beweise aber eine andere Geschichte. Während der ganzen Ermittlungen hat absolut niemand von diesen zwei Dealern gehört. Sieht man sich die Spuren am Tatort an und fragt sich, ist da irgendwas, was diese Geschichte schützt? Dann ist die Antwort nein. Alles nur ausgedacht. Einige Sachverständige glauben, dass McCarthys Version der Ereignisse auf ihren Drogenmissbrauch zurückzuführen ist. McCarthys Version der Geschehnisse ist genau so, wie man sie bei einem Crack-Süchtigen erwarten kann. Wirr und fantasiereich. Dann legt die Anklage dar, wie sich die Tat nach ihrer Auffassung zugetragen hat. Demnach hat McCarthy in Dorothy Booth ein leichtes Opfer gesehen. Die pensionierte Professorin hatte ihr schon in der Vergangenheit Geld geliehen und Schecks in den Briefkasten gelegt. Um ihre Crack-Sucht finanzieren zu können, fasst McCarthy einen Plan, der mehr Geld bringen soll. Sie ruft Booth an und fragt, ob sie etwas Zucker haben könne. Sie hat ihr Vertrauen ausgenutzt. Sie wusste, dass Booth ein entgegenkommender Mensch war und ihr sicherlich aufmacht, wenn sie mit einem Anliegen an ihre Tür klopft. McCarthy klopft bei Booth. Die alte Dame geht zur Tür. Als sich die Tür öffnet, sticht McCarthy nach Ansicht der Anklage sofort zu. Booth blutet stark und schleppt sich in die Wohnung zurück. McCarthy folgt ihr, sticht immer wieder auf sie ein. Dann sieht sie den Ehering an Booth linker Hand. Ihre Sucht treibt sie zu einer unvorstellbaren Grausamkeit. Sie zerrt sie in die Küche und presst ihre Hand auf ein Schneidebrett. Sie hackt dreimal auf den Finger ein, nur um an den Ring zu kommen. So etwas würde man nicht einmal seinem schlimmsten Feind wünschen. Booth klammert sich ans Leben. Sie versucht, ihrer Angreiferin zu entkommen. McCarthy folgt ihr und bringt es zu Ende. Dorothy kann sich trotzdem noch zur Tür schleppen. McCarthy hat eine Kandelabra. Da greift McCarthy nach einem Kerzenleuchter und schlägt auf ihr Gesicht ein, um sie zu töten. Sie tat das so heftig, dass sie ihr Zähne ausschlug und Knochen im Gesicht zerschmetterte. Fuß starb dort auf dem Boden. Um sie herum verschüttete Zucker. Der Anklage zufolge nimmt McCarthy die Handtasche ihres Opfers mit der Geldbörse an sich, bevor sie nach Hause zurückkehrt und das Blut von der Mordwaffe abspült. Sie versteckt sie auf dem Küchenschrank. Dann stiehlt sie Booth' Auto, versetzt den Ehering in Dallas und kauft sich von dem Geld Craig. Die spätere forensische Untersuchung weist Spuren von Booth' Blut an dem Messer nach. Diese Beweiskette überzeugt die Geschworenen, dass McCarthy den Mord allein beging. Geschworene lieben DNA. Jeder Staatsanwalt hofft, dass er solche Beweise vorlegen kann. In diesem Fall hat es geklappt. So ließ sich auch zweifelsfrei nachweisen, dass dieses Messer, das wir bei McCarthy gefunden hatten, die Tatwaffe war. Die Beweislast gegen McCarthy ist erdrückend. Am 17. November 1998 befinden die Geschworenen sie des Mordes an Dorothy Booth für schuldig. Der Verteidiger will ihre Drogenabhängigkeit als mildernden Umstand geltend machen. Es wurde diskutiert, inwiefern die Drogensucht ihr Urteilsvermögen beeinflusst habe. Ob sie zum Tatzeitpunkt überhaupt zurechnungsfähig gewesen sei. Aber ihr Status als Therapeutin überzeugt das Gericht, dass sie rational und vorsätzlich handelte. Alles deutete darauf hin, dass sie sehr wohl zwischen richtig und falsch unterscheiden konnte. Ihre Drogensucht wollte die Jury nicht gelten lassen. Nun muss der Richter das Strafmaß festlegen. Auf ein solches Verbrechen steht in Texas die Todesstrafe. Zu diesem Zeitpunkt kommt heraus, dass Dorothy Booth nicht McCarthy's erstes Opfer war. Das macht die Todesstrafe noch wahrscheinlicher. Das Leben von Kimberly McCarthy hängt nun von der Entscheidung eines Richters in Dallas ab. Sie ist für schuldig befunden, ihre Nachbarin mit Messerstichen und Schlägen ermordet zu haben. Als das Gericht über das Strafmaß berät, legen die Ankläger neue Beweise vor, die sie mit früheren Morden in Verbindung bringen. Noch vor dem Urteilsspruch hatte die Polizei ihre DNA mit zwei früheren Mordfällen abgleichen können, die einige Ähnlichkeiten aufwiesen. In beiden Fällen stimmte die DNA überein. Auch die Tatumstände waren ähnlich. Und das brachte die Wahrheit an sich. Dezember 1988. Zehn Jahre vor dem Mord an Dorothy Booth. Die Polizei entdeckt die Leiche der 81-jährigen Maggie Harding in ihrer Garage. Tod durch Schläge und Messerstiche. Eine größere Summe Bargeld ist verschwunden. Dafür finden die Ermittler aber Spuren, die zur Täterin führen. Auch dem Mord an Garding ging in Kampf voraus. Der Angreifer wurde dabei verletzt und hinterließ DNA-Sprungen. Der Abgleich zeigt die Übereinstimmung. Sie ließ McCarthy einige Möbel bei ihr in der Garage unterstellen. Diese Freundlichkeit hat sie dann mit ihrem Leben bezahlt. McCarthy hat auf sie eingestochen und mehrmals mit einem Fleischklopfer auf sie eingeschlagen. Eine Woche später finden Polizisten die Leiche der 81-jährigen Jetty Lucas in Dallas. Wie auf Maggie Harding wurde auf sie eingestochen und mit einem stumpfen Gegenstand eingeschlagen. Auf Jetty war mit einem Hammer eingeschlagen worden. Auch hier geht die Polizei von einem Raubmord aus. Auch dieses Mal hinterließ die Täterin Spuren. Ein blutiger Fingerabdruck am Kühlschrank. Er passt zu McCarthy. In beiden Fällen führten DNA Beweise zu McCarthy. Sie hatte sich bei beiden Angriffen verletzt und Blutspuren hinterlassen. Dadurch ergab sie für mich ein klares Gesamtbild. Sie war nicht nur eine einfache Mörderin, die vielleicht wegen ihrer Drogensucht sogar nur versehentlich gemordet hatte. Sie war eine psychopathische Serienkillerin, die drei unschuldige Menschen auf dem Gewissen hatte und für ihre Verbrechen absolut keine Reue zeigte. Wegen der beiden früheren Morde steht sie zwar nicht vor Gericht. Aber nach texanischem Recht muss der Richter bei der Urteilsfindung eine mögliche Beteiligung an anderen Verbrechen berücksichtigen. Am 24. November 1998 verkündet er seine Entscheidung. Kimberly McCarthy wird zum Tod durch die Giftspritze verurteilt. Als sie zum Tode verurteilt wurde, zeigte sie keine Reaktion. Sie blieb einfach regungslos sitzen. Kein Schock, kein Bedauern, nichts. Zunächst wird 2001 das Todesurteil wegen eines Verfahrensfehlers aufgehoben. Aber schon ein Jahr später wieder bestätigt. Sie verbringt die nächsten zwölf Jahre in der Todeszelle. Bis schließlich am 26. Juni 2013 das Urteil vollstreckt wird. McCarthy wird als 13. Frau nach der Wiedereinführung der Todesstrafe 1976 hingerichtet. McCarthy hat als Ergotherapeutin mit dem Versprechen begonnen, Kranken und Schwachen zu helfen. Was ließ sie zu einer eiskalten Mörderin werden? Manche geben ihrer Drogenabhängigkeit die Schuld. Crack macht extrem süchtig und hat extreme Auswirkungen auf den Abhängigen. Der Konsum kann dazu führen, dass der Betroffene sich übermenschlich fühlt und seine Handlungen kaum noch mit moralischen Maßstäben in Einklang bringt. Um an weitere Drogen zu kommen, sind ihm dann alle Mittel recht. Auch der Angriff auf andere Menschen, nur um den Triff bezahlen zu können. Andere denken, dass in McCarthy's Psyche die Antwort zu finden ist. Sie hatte definitiv diese dunkle Seite an sich, wild und reuelos zu morden. Sie war fähig, ältere Frauen auf brutalste Weise in ihren eigenen vier Wänden umzubringen. Das zeigte uns ganz klar, dass diese dunkle Seite ein Teil ihrer Natur war. Ein Teil von Kim McCarthy. Sie tötete ohne Mitleid und zeigte keine Reue. Ihre Verbrechen zählen zu den grausamsten Morden in der US-Kriminalgeschichte. Selbst Jahrzehnte später schockieren sie immer noch die Menschen, die mit diesen Fällen zu tun hatten. Das war wohl das grausamste und brutalste Verbrechen, mit dem ich je konfrontiert wurde. Die Tatortfotos haben sich in mein Gedächtnis eingebrannt. So etwas lässt einen nicht so einfach wieder los. Höhe! Hö Hö! Hö, hö! Hö! Untertitelung des ZDF für funk, 2017